Uns haben in den letzten Tagen mehrere Geschwister kontaktiert, deren Paypal-Konten gesperrt wurden. Und das ist tatsächlich etwas, womit wir Muslime schon länger Probleme haben. Allen voran auch muslimische Organisationen. Und Paypal greift auch gerne mal rigoros durch. Das heißt, wenn sie ein verdächtiges Problem bei einem bemerken, sperren sie sofort den Freundeskreis und die Verwandtschaft mit. Was kann man dagegen tun? Das ist nicht ganz so einfach, denn Paypal unterliegt grundsätzlich dem amerikanischen Bankenrecht. Manchmal geht das aber. Vor allen Dingen dann, wenn der Verdacht aufkommt, es geht um Diskriminierung. Das lässt sich jetzt schlecht abschätzen, weil wir noch gar nicht genau wissen, wie viele davon betroffen sind. Wenn aber hunderte oder tausende Muslime zum gleichen Zeitpunkt davon betroffen sind, dann könnte es durchaus sein, dass man etwas unternehmen kann. Wir wollen morgen mit einem Anwalt sprechen und wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Für diesen Fakt bitten wir euch, dass ihr uns per E-Mail kontaktiert. Schreibt dazu euren vollständigen Namen, eure Paypal-Adresse, das Datum, wann euer Konto gesperrt wurde und vielleicht auch zusätzliche Informationen, was genau passiert ist, von wem ihr Geld bekommen habt oder wem ihr was überwiesen habt, wenn das interessant sein könnte. Und wir müssen uns überwiesen sein. können wir uns überwiesen haben. Eben Whether-E beісngl... Vielen Dank.